moin leute und willkommen zurück hier beim null euro projekt hier irgendwo in thüringen ja leute es ist zahltag ich sage euch und wenn ihr oben rechts auf den kontostand schaut dann seht ihr da hat sich sogar schon was getan denn ich habe schon ein paar ballen zu viel gehabt und es liegen noch ein paar auf dem feld aber die die werden wir dann irgendwann im laufe der zeit einfach mal einsammeln wenn wir nichts mehr zu tun haben hier haben wir auf jeden fall jetzt noch eine komplette ladung die wir einmal abgeben müssen und freunde ich freue mich denn danach werden wir den auftrag abgeben und dann heißt es cash leute zahltag ja freunde dann kommt hier richtig dann kommen hier richtig moneten rein würde ich sagen dazu schalten wir mal hier das hier fährt noch mal ein stück vor damit wir vielleicht hier dann letztendlich ordentlicher vielleicht den trigger treffen wobei eigentlich müsste das ja hier passen meiste mutter muss man ja nicht 100 prozent treffen dann einmal abladen bitte wir wollen cash sehen und das sind wir leute noch mal 24.000 euro on top das ist ja der hammer leute das ist ja der absolute oberhammer also ja ich bin überwältigt leute das ist ja der hammer jetzt haut mal auf den kontostand 92.000 und wir haben noch nicht den auftrag abgegeben das ist ja der burner sollte das mama mal direkt ja da müssen wir zum händler springen aber ich habe da bock drauf jetzt gehen wir hin machen wir ja einmal abschließen ich kann by the way das hier immer noch nicht abschließen es geht einfach immer noch nicht ich probiere es immer und immer wieder hier nur bald ach du liebe aber leute guckt euch den kontostand an 136 1457 euro leute es ist der burner ich bin es kann jetzt richtig losgehen jetzt kann es richtig losgehen und dazu gucken wir trotzdem noch mal in den gebrauchtwagen shop rein da gibt es aktuell nur die beiden new holle also den holle in den ctor traktor und hier einmal glas einmal in schwader und das hier müsste einmal ein striegel sein genau das ist ein striegel ja leute ich würde sagen aber zur feier waren sie mal hier vorbei aber vorbei mein freund so bringen wir einmal in den nächsten tag und dann schauen wir mal ob da schöne neue aufträge gibt und ob vielleicht doch sich noch etwas gutes im gebrauchtwagen shop befindet ansonsten können wir uns auf jeden fall wie versprochen den fan zu freunde da wärmer beim händler und erträgnet ja es ist auf jeden fall neuer tag angeboren ich hab noch ein bisschen länger geschlafen aktuell 9 uhr 27 im mai ja katastrophenwetter wir gucken aber trotzdem mal beim händler was ist ja es gibt richtig viel ungefähr nichts das ist ja schade ich habe gedacht vielleicht gibt es am nächsten tag was schönes aber dem sieht das nicht so aus dann leute springen wir einmal rein und dann holen wir uns einmal hier den fendt 800 favorit turbo schiff ich würde sagen aber wenn schon denn schon dann mit power denn ich glaube alles andere würde hier auf der karte definitiv keinen sinn machen dann nehmen wir mal hier noch ein paar schöne redscher würde ich sagen bisschen was haben wir dann hier schön ist was kontinental gibt es da auch da gibt es ja auch breitreifen ja gibt es normale breitreifen aber hier ein paar breitreifen ich glaube das wäre auf jeden fall super dann reifen zauern mama auch mal drauf hier design lassen wir ja komm verchromtes auspuff geht er sie doch ganz schick aus würde ich sagen rund um leuchte auf jeden fall immer gut da machen wir eine das sollte reichen spiegel ja ich glaube es ist egal man sieht in den spiegeln so oder so nix warntafeln mama mit dran und abfälle auf jeden fall auch vor gewinne management so jetzt farbe leute weil da bin ich eigen da habe ich meine habe de la farbe zack achso ne ich hab falsch so und anwenden ich mag das einfach das sieht so geilo aus dann und hier machen wir einmal schöne schwarze felgen drauf leute geil lomat würde ich sagen in diesem olivgrün mit schwarzen felgen das hat auf jeden fall was beim kennzeichen würde ich sagen gucken wir mal was haben wir hier ja mama hier was wo sind wir hier wir sind hier irgendwo in thüringen machen wir einfach irgendwo in thüringen für it mama war jimmy gaming und mama die elf das ist nämlich meine zahl so einmal grünes kennzeichen und dann leute ist es soweit der erste lever 112.250 euro amsen leute es ist vollbracht es ist vollbracht da ist er der fanfavorit 824 turbo shift freunde bevor ich vergesse da holen wir uns doch fix noch schnell dazu noch in gewicht da kommen stein gewicht das sieht doch eigentlich ganz cool aus oder machen wir gleich auch hier in der fab nee ich will das nicht speichern so lassen wir das hier bisschen rostig alt aussehen oder ne komm restauriert restauriert ist okay so kaufen für 700 tacken noch wunderbar dann steigen wir doch einmal hier ein in das gute teil freunde 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 der klingt auf jeden fall als ob der bock hat geiler scheiß leute das gewicht noch schnell hier dran einwand frei und das einmal hier hoch so leute ist das nicht ein geschoss der teil ist doch alter schwede geiler so weit so leute alles klar ich habe was gefunden es ist zwar nicht der hammer aber es ist einmal auffällt 131 mähen ballen pressen und zwar diesmal aber hoi und da wir ja jetzt hier unser neuen fendt 824 favorit haben würde ich sagen starten wir auch mit dem durch und setzen hier einmal ganz kurz das mähwerk an und testen mal direkt aus wie das hier funktioniert mit dem guten neuen schlepper von uns leute dazu müssen wir einmal hier ganz kurz das gewicht abmachen und dann ziehen wir hier mal kurz zurück und dann holen wir uns mal hier das mähwerk der macht auf jeden fall gut sound hier schön hoffe der packt es wunderbar so das hängt so das sieht doch wunderbar aus dann machen wir mal hier abfahrt würde ich sagen ich habe gesehen wir müssen auf jeden fall hier nach oben einmal ganz kurz die karte an und dann ballern wir mal hier mit unserem neuen fendt leute ey es ist doch geil oder jetzt seid doch mal ehrlich der teil ist der hammer sagt mir auf jeden fall mal eure meinung zu ich habe ja das ganze hier nach euren wünschen jetzt gekauft beziehungsweise ihr habt gesagt jimmy ich bin auch für den fendt ist der wäsche habe ich jetzt hier einmal für euch für die community den geilen fendt geholt ja okay in meiner farbe vielleicht in meiner variante wie ich ihn mir ausrüsten würde aber nach eurem wunsch so leute ich habe es geschafft irgendwie fragt nicht wie ist egal ich bin auf jeden fall angekommen ich habe es geschafft und wir schwatzen gar nicht lang rum sondern wir ballern hier direkt mal alles dahin wo es soll das heißt hier alles nach und nach einmal einschalten runterlassen und ab geht es freunde hier jetzt kann der fan dir aber zeigen zu was er zu gebrauchen ist ob das hier eine gute entscheidung war oder ob das keine gute entscheidung war ich meine letztendlich ihr habt es entschieden ihr habt gesagt ihr wollt das gute teil haben und äh ich würde auf jeden fall sagen es war eine gute entscheidung denn der fans der macht meines erachtens echt richtig richtig viel auch ne also es macht Spaß mit dem auf jeden fall da kann man sich nicht beklagen würde ich sagen ist auf jeden fall ein super schöner älterer schlepper und für uns für unser neue euro projekt als ersten schlepper mit 250 ps auf jeden fall super gut ausgestattet ähm natürlich haben wir uns da keinen mit 100 ps ich meine das ist auf dieser karte einfach unnütz gewesen ja das das hätte uns nichts gebracht da hätten wir letztendlich nur hier rumgedruckst und keine ahnung hätten dauernd wieder irgendwelche probleme gehabt und wir kämen da nicht weiter da haben wir unter moderiert und so weiter und so fort klar natürlich der fan ist jetzt hier auch nicht die überragende kraftmaschine ja also wir reden hier immerhin von 265 ps die sind sehr stabil gar keine frage aber ich glaube für manche feldflächen die es hier gibt ist auch da die leistung ein wenig schwach wir haben es ja gesehen gerade in der zweiten folge vom euro projekt mit dem großen New Holland T9 glaube ich war es der hatte da natürlich auch so ein bisschen seine problemchen gehabt ja ich weiß ich habe den kommentar gelesen das lag auch am schlupf und ähm das lag dann letztendlich halt auch daran glaube ich weil da vorne einfach eventuell ein bisschen zu leicht war aber dennoch habe ich gemerkt er hatte da so ein bisschen seine probleme gehabt ja also wenn ich auch überlege der kam dann nicht so ganz stabil den Berghof das hat den schon ein bisschen krass angestrengt ja also das darf man dann auch nicht vergessen ja also insofern ich glaube für die ersten Zwecke für die ersten Arbeiten die wir jetzt hier verrichten gerade hier mit dem Ehen ich glaube da werden wir überhaupt keine Probleme haben da ist der Fendt auf jeden Fall super am Start und ähm ich hoffe auf jeden Fall sehr dass hier in Zukunft auf jeden Fall noch andere Aufträge kommen und nicht nur Mallen pressen denn dann wird das Ganze hier sehr sehr eintönig und ähm wird uns letztendlich überhaupt gar nicht viel bringen naja viel bringen schon aber ich glaube der Spaßfaktor ist dann demnach doch schon sehr gering aber gut Leute ich würde sagen ich spring mal raus und dann schieße ich mal her ein bisschen Gras ab ab geht's bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich bin ja totally erfreut davon. Leute, das ist wirklich, also, das ist sehr zeitaufwendig. Jetzt sage ich euch, wie es ist. Ich werde auf jeden Fall nach dieser Aktion hier mit Ballenpressen, werde ich das Ganze erstmal verfügen. Punkt 1. Punkt 2. Ich werde auf jeden Fall in den Monaten nach vorne springen, damit wir keine Ballenpressaufträge mehr machen müssen. Das ist dann so. Aber ich will dann lieber so weit nach vorne, dass wir irgendwie vielleicht ein paar Ernteaufträge machen können. Oder was auch immer. Auf jeden Fall definitiv was anderes als Ballenpressen. Denn das ist wirklich ein sehr, sehr eintöniges und meines Erachtens auch doch schon sehr langweiliges Thema. Und das gefällt mir dann dementsprechend nicht ganz so gut. Und by the way, ihr hört es auch wahrscheinlich, aber der Schlepper ist schon sehr, sehr laut. Und ja, der ist nicht gerade leise. Deswegen, ich hoffe, ihr versteht mich. Aber das ist halt so. Altes Teil, das ist nicht so gedämmt. Da können wir nichts dran machen. Da können wir nichts dran rütteln. Das ist, wie es ist. Ich hoffe natürlich, dass das für euch so in Ordnung ist, dass das so passt. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier einmal das Mähzeug, das stellen wir einfach schon mal hier ab. Das brauchen wir ja hier jetzt nicht mehr. Nee, ich will das nicht ausklappen. Ich will das nicht ausklappen. No. So, nicht. Bitte nicht. So. Was? Das Gerät, Mähwerk, erst einklappen? Das ist eingeklappt. Kann ich das so einfach ablegen? Nee, ne. Oder. Wunderbar. Oh ja. Easy going. Auf jeden Fall. Werden wir jetzt einmal hier. Ich glaube, es ist ein Waltra. Jetzt werden wir den Waltra nehmen und werden hier einmal mit dem Wenden beginnen. Dazu steigen wir mal ein. Und ich habe so das Gefühl, es wäre besser, wenn wir, egal, auch wenn das jetzt irgendwie ein bisschen blöd ist, aber egal, wir nehmen einfach unsers. Wir hängen da auf jeden Fall mal vorne ein Gewicht dran. Denn ich habe so das Gefühl, dass das mit dem, dass das sonst irgendwie ein bisschen glückträgt wird. Ne? Aha. Wortspiel. So. 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 Bis der Wegen, ähm, probieren wir das jetzt mal so. Ich bringe hier einmal den Wender dran. So, zackig. Ich glaube nicht, dass wir hier alles in der einen Folge hier schaffen werden, Freunde. Ich gebe natürlich mein Bestes. Ich gucke, dass es klappt. Ich gucke, dass es passt. Aber ich denke, wir werden hier in der Folge jetzt nur zum Mähen, zum Wenden und zum Schwaden kommen. Ähm, aber ich gebe mein Bestes, wenn ich, wird auf jeden Fall die Ballenpress-Aktion und die Aufsammel-Aktion definitiv in der nächsten Folge passieren. Und dann gebe ich wieder Cash. Dann gebe ich auf jeden Fall wieder eine Menge Cash für uns. Ich denke mal, da werden bestimmt so, wir können aber ganz kurz nochmal gucken, was eigentlich der Auftrag besagt. Äh, yo, speicher mal, gell? Ja, speicher mal, dann machst du. Super. Super, mach ich dir das. Äh, 30.000. 30.000 soll der bringen. Schauen wir mal. Ich denke mal, da werden dann bestimmt nochmal, vielleicht 5, 6, 7, 8, 5 bis 10.000 werden bestimmt nochmal bei rumkommen, die wir dann on top bekommen. Das wäre auf jeden Fall super prickelnd. So, fahr mal hier runter wieder. Ja, Leute. So muss jetzt sein, ne? So muss das sein, Freunde. Ach, hier müssen wir auch, der bin ich vorhin voll übergebreddert. Ist auch nicht so prickelnd, habe ich gemerkt. Nicht so die beste Idee. Aber dann stürpen wir mal hier ruf. Klappen den Wender einmal aus. Ich weiß gar nicht, wie groß der ist. Klappt der sich nochmal aus? Uh, der klappt sich nochmal aus. Fahren wir mal hier ein bisschen drüber. Das sieht auf jeden Fall schön groß aus, Leute. Da brauche ich mal, dass das schnell funktioniert. Einmal runter. Wieso willst du nicht eingeschaltet werden, Freund? Habe ich wohl was vergessen anzuschließen hier, oder was? Ah, ja. Ohne Deichsel, äh, ohne Zapfwelle. Wir dann natürlich nix, Freunde. So, jetzt abfahrt, Leute. Und los geht's. Und ist es? Ah, ja, da. Da, da, seht ihr, das ist doch schon. Upala. Ja, man sollte jetzt, äh, das ist immer wichtig, Leute, für euch. Auch in Zukunft, ne. Immer nach vorne schauen. Und nicht nach hinten schauen beim Fahren. Ist nicht immer so ganz so gut. Ähm, natürlich müssen wir hier ab und zu mal ein bisschen nach hinten gucken, um zu schauen, ob wir die Spur haben. Aber, ja. Let's go, Freunde. Ich mach mich ans Wenden. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich. So, Freunde. Gleich ist es soweit. Wir hätten's dann geschafft. Stage 2, sozusagen, von, ähm, 5, quasi dann abgeschlossen. Danach folgt ja dann nur noch, in Anführungszeichen, Schwaden, Fressen, Sammeln und Verkaufen. Wobei ich Sammeln und Verkaufen dann dementsprechend einfach als Einschritt bezeichne. Ja, Leute, es ist auf jeden Fall ganz schön viel, kann ich sagen. Und es wird auf jeden Fall schon die ein oder andere weitere Minute kosten, die hier ins Land gehen. Aber ich bin hier guter Dinge, dass das auf jeden Fall sehr, sehr erfolgreich wird. Genau. Und deswegen düsen wir jetzt mal wieder schnell zurück zum Händler und dann werden wir einmal fix den Schwader dranhängen, damit es hier direkt munter weitergeht. Denn, wie sage ich immer, und wie sagt auch jeder andere Chef, Zeit ist Geld. Und, ähm, Geld haben wir ja noch, haben wir ein bisschen übrig. Ich glaube, es sind 23.000, da können wir mal ganz kurz gucken. 23.397, wunderbar. Hätten wir das auf jeden Fall auch schon mal gecheckt. Und, ähm, genau, Leute. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wirklich nach diesem Auftrag hier und dass dann dort auch andere Aufträge sind als Ballenpressen. Und dann, darauf habe ich tatsächlich keine Lust mehr. Ballenpressen ist dann doch schon auf Dauer, na, ein bisschen eintönig und langweilig, würde ich jetzt mal so behaupten, ne. Ist jetzt nicht gerade das Geilste. So, den lassen wir einfach mal hier so ein bisschen an der Seite stehen, damit er nicht so ganz im Wege steht. Dann machen wir aber auch gleich mit dem Waltra weiter, weil der hat das Gewicht gerade dran hängen. Das wäre natürlich sonst ein bisschen blöd. Wir nehmen auf jeden Fall den Fendt, denke ich mal, für die Ballen zu pressen. Äh, mit der Hoffnung, dass er das schafft. Aber, ich denke doch, das sollte der gute Fendt auf jeden Fall schaffen. So, zack. Ah, gute Klaas, Spader. So, Leute, dann würde ich sagen, auf geht's. Wieder raus aufs Feld. Leute, was sagt ihr? Seid ihr auch irgendwann gelangweilt von Ballenpressen und sagt, Boah, wir brauchen da mal ein bisschen Abwechslung. Da muss mal ein Gruber ran, da muss mal ein Flug ran, da muss mal gesät werden, geerntet und, und, und. Ich meine, im Laufe des Spiels, wir haben ja jetzt schon, ich glaube, es war in dieser oder in der letzten Folge, habe ich ja auch schon gesagt, hier sind ja auch Lieferaufträge. Das ist ja auch eine Option, ne. Aber dafür brauchen wir ja dann dementsprechend auch erst mal die einzelnen Ressourcen. Also, sprich, wenn wir natürlich jetzt irgendwie was wegfahren wollen, brauchen wir erst mal einen Anhänger. Ist ja logisch. Zum anderen brauchen wir ja dann doch dementsprechend, wenn wir jetzt, wenn das jetzt Gerste wäre, dann müssten wir ja auch erst mal Gerste haben, um die ganze Gerste dann dementsprechend auch dann irgendwo hinliefern zu können. Und so weiter und so fort. Aber ich fände das auf jeden Fall so als Alternative zwischendurch. Fände ich das ganz geil, muss ich ganz ehrlich gestehen. Denn immer nur hier diese Riste eintönige Feldarbeit ist ja dann auch irgendwo ein bisschen langweilig. Des Weiteren müssen wir uns ja auch mal vielleicht demnächst überlegen, wie wir denn überhaupt hier weiter vorgehen wollen. Also, sprich, wie sieht es eigentlich aus mit einem Hofkauf? Wie, wo, was, Ananashof mäßig wollen wir denn hier überhaupt starten? Ja. Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Höfe, die schon am Start sind. Die wir dann dementsprechend uns kaufen könnten. Das wäre ja auch schon mal super. Da müssten wir dann vielleicht gleich mal... Oder ich sage mal so, wir machen es einfach so. Nach dem Schwaden schauen wir mal, was es da so Schönes gibt. Und dann können wir ja mal gucken, was wir da so für die Zukunft anstreben. Und dann habt ihr wieder eine Entscheidung, wo es denn dementsprechend weitergeht. Genauso heute. Ich würde sagen, so machen wir es. Ich springe in die Außenansicht und schwadet hier einmal das Feld ab. Ich meine, bei uns sagt man auch zum Abschwaden auch manchmal was anderes. Aber wir schwaden hier einmal und dann sind wir uns gleich. Ich meine, bei uns sagt man auch zum Abschwaden. Und dann werden wir uns jetzt schauen. So Freunde, die letzte Stufe auf dem Feld, was die Feldbearbeitung zumindest in dem Moment angeht, ist auf jeden Fall vollbracht. Wir haben unser Heu in die Schwarz gelegt und jetzt heißt es dann nur noch Ballen pressen, sammeln und abgeben. Das machen wir dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat diese kleine Folge gefallen und ihr supportet weiterhin das 0 Euro Projekt. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bis dahin schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder rein, wenn es dann darum geht, die Ballen, wie gesagt, zu pressen, einzusammeln, abzugeben und dann zu schauen, was wir als nächstes machen werden. Ich weiß, ich wollte euch sagen und ich wollte mit euch noch schauen, was wir in der nächsten Folge, was wir uns für Höfe angucken und welche Höfe es werden sollen. Das machen wir auf jeden Fall, versprochen, in der nächsten Folge. Ansonsten wird diese hier zu lang. Bis dahin, schaut wieder in der nächsten Folge rein. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao Kakao. Ciao Kakao.